Guten Morgen, heute habe ich etwas Fantastisches gelesen aus dieser Zeitschrift Interkulturelle Theologie, Zeitschrift für Missionswissenschaft von Andreas Köhler-Andereggen, dem Leiter des praktischen Seminars bei der Copta. Und er sagt, Jesaja ist Punk. Zu Jesaja 55, Vers 2. Warum zählt ihr Geld ab, ohne Brot zu bekommen und euren Lohn, ohne satt zu werden? Hört mir gut zu und ihr werdet Gutes essen und eure Kehle am nahrhaften Laben. Warum werde ich nicht satt? So grölt Campino, Sänger der Toten Hosen, den Refrain seines Liedes ins Mikrofon. Warum werde ich nicht satt? Die Strophen des Liedes erzählen vom Leben eines Stars, von Sex, Drugs und Rock'n'Roll, vom Zählen des Geldes am Sonntagmorgen, vom Reservieren des schönsten Platzes auf dem Friedhof. Unterbrochen vom Refrain. Warum werde ich nicht satt? Gehalten in klassischer Punkmusik, Gitarre, Bass, Schlagzeug, drei Akkorde, laut. Punkmusik protestiert. Denn Punk ist eine Haltung. Punk hält der Gesellschaft einen Spiegel vor, verweist auf vermeintliche Sicherheiten, fordert heraus, Punk trägt Prophetisches in sich. Was macht mich satt? Liebe? Freundschaft? Achtsamkeit? Die üblichen Verdächtigen? Ja, sicher. Aber ich sehne mich nach mehr. Dass sich in dieser Welt etwas zeigt von dem, was ich glaube, hoffe, liebe. Also Zuwendung, Aufrichtung, Rückenwind. Was mir begegnet, mich berührt, mich verändert. Nennen wir es mal Gott. So werdet ihr nicht satt, heißt es im Gotteswort bei Jesaja. Jesaja mahnt ein anderes Zusammenleben an. Weil er Leid und Schmerz kennt. Weil ihn Gottes Wort berührt. Weil er hofft, Leben geht auch anders, muss anders gehen. Erzählt von der Verheißung eines neuen Lebens. Wo soziale Unterschiede von Reich und Arm aufgehoben sind. Wo Menschen zusammenleben können, unabhängig ihrer Herkunft. Wo Menschen sich nicht verstellen müssen und nicht gezwungen werden, wer zu sein. Aber ihr müsst dafür aufstehen, sagt Jesaja. Jesaja ist Punk. Weil er ruft, ihr werdet nicht satt, wenn ihr im stetigen Rhythmus bleibt. Dieser Rhythmus ist Junkfood. Steht also auf. Gottes Weisung fürs gute Leben will frei machen. Frei zu werden für andere und für sich selbst. Gott selbst wendet sich Menschen zu, richtet sie auf, schenkt Rückenwind. Satt werden durch anders wahrnehmen. Im Kloster schreibt der Punk-Sänger Campino viele seiner Texte. Nicht, weil er sich als religiös versteht. Sondern, weil ihm dort etwas anderes begegnet. Anders wahrnehmen. Andere Hoffnungen. Er hört. Findet Nahrung, die sättigt. Hört dann anders. Ändert sich aber was dadurch? Der Punk ist ja in die Jahre gekommen. Mit ihnen die toten Hosen. Doch das prophetische Rufen bleibt ewig jung. Seine Melodie bleibt zu hören. Ob durch Punk-Bands wie Pussy Riot, die sich gegen Putin auflehnen. Das Loblied der Maria grölen, damit die Hohen vom Thron gestoßen und die Niedrigen erhöht werden. Oder der neue Gospel-Sound, der sich bei Algeus, James Blake und Kanye West mit dem Protest des Raps verbindet. Soziale Missstände benennt und wie Menschen daran kaputt gehen. Die Melodie des Prophetischen ist weiterhin hörbar. Wie auch Jesajas Punk nachhalt. Überall dort, wo Menschen Einhalt fordern für das Zusammenleben von Menschen. Wo die Hoffnung auf Zuwendung, auf Aufrichtung und auf Rückenwind benannt wird. Wo Menschen in dieser Hoffnung beginnen, eine Welt zu leben, wie sie auch sein könnte. Auf der Suche sein, was wirklich sättigt. Getragen sein dabei von dem, was wir glauben, lieben, hoffen. Wie im Punk. Hinschauen und dann aufstehen. Menschen begegnen. Denen, die keine Stimme haben, eine Stimme geben. Von der Nahrung erzählen, die wirklich sättigt, weil sie nicht in Kosten und Gelder zu berechnen ist. Aufstehen, dranbleiben, sich von Jesajas Punk anregen lassen. Wie es Dietrich Bonhoeffer sagte, mag sein, dass der jüngste Tag morgen anbricht. Dann wollen wir gern die Arbeit für eine bessere Zukunft aus der Hand legen. Vorher aber nicht. In diesem Sinne, euch allen einen punkigen Tag. Und dass euch Gutes begegnet, Lebenswertes begegnet. Und dass ihr die Hoffnung schüren könnt, überall da, wo ihr seid. Alles Liebe, euer Micky.